...Nationalesen, was mit ihrem Leben passiert, in der Zeitung oder im Fernsehen zu hören, was... Also ein Paradebeispiel für Demokratie, wie es laufe so. Würde ich nur sagen, also vielleicht suchen sie anzahlen, dass man sagt, das können wir öfter machen, Freunde. Promis sind auch nur Menschen. Stars und Hits. In Bayern 3. Mit Thorsten Otto.